Willkommen Reisende. Heute befinden wir uns wieder auf der Welt von The Riftbreaker. In der letzten Folge haben wir erstmal ganz gemütlich angefangen eine Hauptbasis zu bauen und kleinen Außen, Kosten für mehr Ressourcen und jetzt werden wir als erstes das Hauptquartier upgraden. So. Einmal Hauptquartier upgraden. So, von unten links. So, dann werden wir als erstes noch hier in der Tür hinbauen. So. Da ein, da ein, hier ein. So. Hier steht gar keiner. Oh. Oh, guck mal. Hier hätten wir dann noch Ressourcen. Mal gucken. Das wäre ineffizient. Den können wir benutzen. Boah. Da sind noch ein paar Lager. Die stellen wir am besten. Naja. Wieder kein Platz. Auch hier. Können wir die Verteidigung ganz vergessen. So. So. Dann gehen uns gleich die Kerne wieder aus. Dann lölt da rum wegen Strom. Also werden wir das gleich mal miteinander verbinden. So. 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 , So. 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 And I'm a great hope so. Oh, die sind etwas stärker als vermutet. Okay, let's remember to build some additional power plants for it. It consumes a lot of energy. This will buy some time until the next attack. Let's check what's new after the HQ upgrade. Oh, 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 oh. Das ist aber alles gar kein Problem. Ich werde die Mauer halt reparieren. So, die kommt weg, die kommt weg. Der kann da stehen bleiben. Reparieren. Gerne, reparieren. Rotenpunkt reparieren. Hä. das forschungs kommunikationszentrale Es gibt viele Daten, die wir brauchen Ich bin auch noch ein Wettbewerb. Ich bin auch noch ein Wettbewerb. Wir werden wieder mit den Wettbewerb zusammenbauen. Als schnell die Rift-Station ist, und die Rift zurück zum Land hat, wird eröffnet. Wir fokussieren uns erst. Bodenplatten. Nichts. Nein. Kein Strom. die quelle ja erst mal ein bisschen forschen wenn wir schon forschen wenn ich strom und portal so wir können forschen so näher ist genau forschen wo kurz strecken das gut da sieht man sehr weit neue waffen flammenwerfer an ortwerfer machen als erstes technologie haben wir noch nicht dann bastelt er jetzt erstmal wir müssen uns präparieren gehen jetzt erstmal dieses grün zeug das wächst ja überall ich sehe gerade hier haben wir gar kein portal ist aber nicht so gut müssen wir zu weit laufen wir müssen und wieder Jetzt werden wir da oben angegriffen. Hier haben wir natürlich die Mauer noch nicht weiter gebraucht, dann machen wir den mal gucken. Oh. Der Tür. Oh, ein Star. Oh. 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 zum glück forschen wir jetzt erstmal an neuen waffen weil diese viecher wollen ja alle nicht sterben die machen schon recht gut schaden also wo waren wir das ist bei dem gar nichts so ein strom alles auf einmal ein strom echt immer alles auf einmal jetzt haben wir platz so und 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 Wartung! Hostile creatures are coming from a nearby nest. You should go there and clear it out. So, dann können wir hier erstmal schön ein bisschen Strom erzeugen. Haben wir ja jetzt ein bisschen Platz. Boah. Leider verklickt. Oh. Ironium storage is full. Build more storage facilities. Jetzt ist das Lager voll. Wow. Oh. 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 Das Spiel sagt dann wenigstens was zu tun ist und was man machen muss. Und wo ein Angriff erfolgt. Oh. 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 So. Oh. Dann werden wir mal schauen. Der ist. Oh. Oh. nein die riftstation das brauchen wir für das endspiel aber das ding braucht gewaltig viel platz 12 nur denn wie tolls genau auch so wie sich mein kampfanzug meine persönlichkeit streiten kampf sie hat einfach auf schade ist dass die bodenplatten nicht auf der mini karte angezeigt werden ich habe es falsch geworden Das ist genug von Colonel Nordström. Los gehts mit dem Militär-Pathos und mit deinem Original-Programmung. Wir haben einen Planeten, um zu exploren. Roger, das, Ashley. Ich arbeite alle Motivationale Sprache. Es wird Zeit für bessere Waffen. Planeten-Scanner. Waffen? Das nicht. Oh. Oh. Hebeweils. 8 Turm Stufe 2. So, Position 3. Gehen wir das einfach mal ein hin nach oben. So. Dann... Okay. Wir sollten uns mal reparieren gehen. Hier fehlt ja auch schon wieder ein Rift-Portal. Die Speicher sind voll. Bau mehr Speicher. Da baue ich gerade. Ich muss das hier hin. Hier ist ein bisschen Platz. Oh. Warnung, ein neues Geruch. Die Konstruktion der Rift Station hat sich erreicht. Wir müssen die Rift Station aufbauen. Before wir beginnen die Portal zu bewerben. Die Rift Station hat drei Hauptspunkten, die sich viele Räume zu bauen. Der Erfusenflügel braucht Eranbäuer. Der Hyperpartikel-Condenser braucht Palladium. und den Quanten-Gate-Stabilizer, der Titaneum braucht. Wir haben keine Tränen von diesen Elementen nahe unserer Basis gefunden. Diese Ressourcen könnten nicht irgendwo in unserer Location sein. Wir sollten einen Orbital-Skanner konstruieren, um zu scouting für interessante Locationen rund um den gesamten Planeten. Es wird uns bereitstellen, prezise Koordinaten für langfristige Riff-Jumpen rund um den Planeten. Oh nein, falsche Taste. Mit den anderen Ressourcen können wir auch noch die Wachtürme und alles upgraden. Hm, kumper. Den besten. Als sie siehst, sagt sie auch. Als sie siehst, sagt sie auch. Die Basis ist unter Attack. Die Basis sind nicht unter anderem. Dann wird die Basis in die Kabelubern hochgegeben. In der nächsten Kontext reinsteigt. Die Basis sind nicht unter anderem. Die Basis ist weg. Die Basis sind nicht unter anderem. Die Basis ist der Auge auf und das in der Basis wird verordnet. Das ist eine gute Idee. Die Anwälte werden immer stärker. Wir brauchen bessere Fächer. Das ist gut. Die Anwälte werden immer stärker. 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 Die Anwälte werden stärker. Die Anwälte werden stärker. Die Anwälte werden stärker. Wieso geht der nicht? Die Anwälte werden stärker. Das ist zwar nicht wahr. Die Anwälte werden stärker. Die Anwälte werden stärker. Jetzt. Das ist die falsche Taste. Der ist ja peinlich. Weil einige Tasten sind doppelt gelegt. Wartung! Hostile creatures are coming from a nearby nest. You should go there and clear it out. Danger! An enemy swarm is approaching our base. Brace for combat. Hey, this is how can I? She has come to two. A building has been destroyed. A building has been destroyed. The wall is destroyed. The base is under attack. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. One of the portals has been destroyed. Reparieren, reparieren, reparieren. Oh, no! A tower has been destroyed. Colonial storage is full. Build more storage facilities. Now I'm in a tree. One of our buildings has been destroyed. One of our energy connectors has been destroyed. Weapon drop. Oh! Yeah, what for failure? Where is your? Air humidity is rising. It's going to rain in a moment. What about walls has been destroyed? Base is under attack. It's raining. It will decrease the output from solar panels until it stops. Okay. No. It's fine. Oh! Oh, I'm in a tree. This room is not a tree. It's not a tree. It's going to rain in a tree. It's going to rain in the tree. I'm in an tree. Hey, this tree is full. acht haben wir noch drei minuten das war ja intelligent wir brauchen unbedingt upgrades sehr schlimm hauptsächlich haben alles kaputt gemacht so schön miteinander verbinden bisschen reparieren die rain is over some buildings don't have enough power warning a new group of hostile creatures is coming from nearby jetzt wacht wir mal eine minute 20 dann können wir die endlich abgehenden so dann kommt jetzt erst mal Strom Upgrades Lammentürme werden erst mal gut 4 3 2 1 eine neue Technologie hat entwickelt. neue Gebäude sind für die Konstruktion ich werde ihn jetzt schon wieder so reparieren lassen dann den Kobold erst mal organisieren da haben wir eine Raffe 8 8 äh boah wenn wir eigentlich ohne feste Rohstoffe Munitionslager können wir da nicht ok warten wir jetzt erst mal schnell auf den Flammenwerfer jetzt machen wir erst mal das Nest da oben kaputt ja Base ist unter attack Schlamm verlangsamt mich auch extrem oh das ist hier oh nein okay 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 Was war das? Ach, nö. We have power shortages, connect more power plants. The weather's chill, wind is slowing down. Base is under attack. Oh, kacke. Die Waffen richten bei dem nichts aus. Ich habe aber keine bessere momentan. Oh, er leuchtet schon rot. Zum Glück bauen gerade Waffen. Der hat ja reingehauen. Den habe ich auch leider gar nicht gesehen. Warning, a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. So, Flammenwerfer dauert immer noch 50 Sekunden. Aber dann können wir endlich das Nest da oben zerstören. Sonst kommen wir nicht so schnell voran. Das werden wir heute wohl noch machen. Das Nest da zerstören. Bin nicht schon wieder hier so ein Steinwesen. Mist, das ich nicht sehe. Wenn man die Waffe gedrückt hält, lädt die sich auch zum Glück auf. Oh, nee. War ja klar. War ja klar. War ja klar. A new technology has been developed. New blueprints are a famous looks like a nest of some sort. We should clear it out and reduce the strength of hostile attacks. There is a lot of them inside. This might be difficult. Oh, mach jetzt. Aha, zerstört. Oh. Oh. Ach, nee. Voll reingelaufen. Zum Glück erforschen wir auch gerade den Scanner. Dann können wir wenigstens ab und zu mal ein bisschen über die Karte schauen. So. Weil die sieht man echt sehr spät alle. So. Jetzt kommen aber alle auf einmal, oder wie? So. Jetzt kommt der Schaden. Oh, Alter, es sind hier viele Viecher. So. 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 Oh ne Stein! Was will der denn hier? Schon wieder keine Energie? Was soll das denn? Oh, blau an Power. Ich hab doch Strom ohne Hände. Dauert ja. Habe ich schon wieder das Kobold nicht wollen können. Also, standen hier eben da oder nicht? Jetzt hier alles zugepflastert. Das ist schlimm. Ah, ich kann keine Energie mehr. Ich kann keine Ressourcen abbauen. Das meint er. Ich muss hier erstmal neu platzieren. Ja, die zwei reichen. Und das ist voll, aber ich hab grad keinen Platz für mehr Lagerräume. Uh, wir haben einen Flammenwerfer eingestellt. Jetzt können wir uns den mal schnell organisieren. Flammenwerfer, Flammenwerfer. Oh, den nehmen wir am besten. Ah, ausrüsten. Aha, jetzt haben wir Flammenwerfer. So. Uh, ist schon wieder sehr spät geworden. Dann werden wir wohl das Kobold uns beim nächsten Mal holen müssen. Ah, ich seh grad, wir haben da einen. Ah, das ist noch ein Stück weiter als der Teleportpunkt, den wir nächstes Mal benutzen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Welt von The Riftbreaker und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal bei derшихsten hope. Geh? Propagieren natürlich. Ich weiß gar nicht. Es geht nicht darum ja! Das ist doch super bei der Welt. Jeffrey for gleich. Und wir stack dericut nochmal raus.